So ein wunderschön guten Morgen liebe Leute, ich komme zu Overwatch 2, ja ich glaube wir machen Quick Pain oder? Ich denke da finden wir noch am schnellsten was. Ja direkt wieder rausgefunden. Oder? DORADO ok. DORADO ok. DORADO ok. DORADO ok. DORADO ok. DORADO ok. Ich kümmere mich um diese Angelegenheit. Ich bin bei dir. Wir haben auf jeden Fall eine Römer Trouze zu. DORADO ok. DORADO ok. DORADO ok. DORADO ok. DORADO ok. Geht mir gleich besser. Uff. Oh man, ey. Ich treffe überhaupt nicht mit ihr. Diese Stadt ist einfach nicht groß genug. Ich bin aggressiv. Dreck. Du bist so knapp überlebt. Die Flammen der Freiheit lodern empor. Zeit für den nächsten Versuch. Danke. Mir geht's wie stets. Du bist so knapp überlebt. Das. 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 Was für ein Scheiße. Ah 1880er was. Bob. Tu dabei. Lass uns doch zu schützen. Dann geht mir aus dem Weg. Noch 30 Sekunden. Ja war jetzt der einzige Überlebenschance die ich hatte. Wir schaffen das tatsächlich. Schuss. Ach das schon. Ich hasse es. Umgelegt zu werden. Räumt durch meinen Willen. Hey das stimmt es echt noch weiter. Oder. Jetzt. 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 Wow, das ist überhaupt nicht gut gerade. Die 2. wurde nie überlebt. Ach, das Schande. Ich habe hier keine andere Wahl jetzt. Wieso ist sie jetzt? What the fuck? Warum ist mein Bob jetzt da hinten geblieben? Wie zur Hölle? Ja. Das lassen wir uns nicht nehmen. Niederlage. Ach, zurück. Paul ist ein Mäuber. Ach, ganz so Mäuber. Ach. Ach, okay. Was ist mit der Nutz? Willkommen in Esperanza. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Ich suche mir meinen eigenen Pfad. Diese Phänomene müssen in Nähe untersucht werden. Kannst du vorhersehen, was dich erwartet? Kannst du vorhersehen, was dich erwartet? Kannst du vorhersehen, was dich erwartet? Ich bin hier. Hey Leute. Ach, das ist schon der, äh. Du bist deine Scheiße. Keine Sorge. Da steht ein langes Leben bevor. Für die Barriere. Die Barriere. Freigeschrift. Es ist uns zu Schulden. Wie ist dein Ding. Ach, das ist so gut. Oh Gott. Die Zahlen hier! Das war doch meine Liederlande! Linderung für deine Wunden! Ich bin noch gefährlicher, wenn ich verliebt bin! Wie alt! Egel getrieben hat! Was an! Hallihallo! 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 Was? ach du meine könnte die machen auch ganz schön das ist schon wieder der gleiche paulo ok das kriegen wir schon auf die karte ach verdammt nimmer ich schenke die neue kraft platziert ach danke ja 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 Die reißende Krache, die Egel spürt die heilende Ruhe. Die Ahren von den Armen und Herren, stand für ihre Motoren! Na, ich wollte noch den Zenerbahnen. Zeit um die Ecke zu denken. I'm on fire! Ach, zu Schande! Das Schicksal führt uns an unser Ziel. Taktisches Visier aktiviert! Kleiner Tipp, Kopf reinziehen! Wir können uns gleich die Führung sichern! Wechseln! Die Wechsel sind befähig! Dirk! Ah, Wackenball, ey. Wow. Ich habe das Gefühl, Merkur ist russläufig. Deine Unfähigkeit entzückt den Hamster. Spür die reißende Kraft. Spür die heilende Ruhe. Minenfeld aktiviert. Meine Damen und Herren, starten Sie Ihre Motoren. Ihr Team ist bloß. Sögert nicht. Wir sind auf dem Weg zum Sieg. Unterwegs in feindliches Gebiet. Du wirst immer schwächer. Eure Zeit ist doch nicht gekommen. System ist die Sieg. Der Roboter leckt sich mächtig ins Zeug. Scheiße. Der Roboter ist dem Feind in die Hände gefallen. Sei gereinlich. Versperrt uns den Widersprüchen. Taktisch ist wie sie angebriert. Spür die heilende Ruhe. Das ist nicht gut. Sie dürfen nicht in Führung gehen. Wir haben den Roboter, jetzt oder nie. Aufmodus aktiviert. We're in your cards. Einfach umgelegen. Er braucht medizinische Versorgung. Noch 30 Sekunden. Ich schenke die neue Kraft. Er hat es in. Er sagt, wenn wir verlieren, werde ich komisch. Wir haben den Roboter. Er hat es noch nichts verloren. Wenn wir ihn jetzt in die Quere kommen, gewinnt ihr! Schön ist wüst und wüst ist schön. Unsere Momente verringen. Bleibt bei ihr. Wir haben den Roboter. Mhm. 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 So, wir haben es letztendlich noch gewonnen, uff, kommen wir einfach mit dem Heimlecht hinterher Wie viele habe ich gehört, fast 10.000, fast 3.000 Schalen gemacht, oah Naja, richtig cool Unser zweiter Seek war auch 11, 11, 10, oh warte, schmutz, naja Unterwegs nach Nepal Dann nehmen wir es ein, oder? Ja Auch in Zitracht findet sich Gelassenheit Das würde ich auch alleine hinkriegen Und wahrscheinlich auch schneller 1 5 4 3 2 1 Runde 1 Nehmen Sie den Zielpunkt ein Legen wir sie um Guten Tag Haben die denn los hier als zweiten Supporter? Man vergisst so schnell, dass das Leben nicht einfach ist Neutralisieren Projektele! Ach, das ganze Mann, der Götter, was ist das denn da? Ab doch mit Klammern, vielleicht zu länger auf den Reisen. Ein Schatten, die wir hier haben. Mein Auto überlebt doch. Stammel zu mir! Au, komm, was ist da? Oh, ich... Was war das, was ich da gesehen habe? Herr Brigitte! Braucht ihr immer die Heidelung? Ja. Ja. Was ist das? Du schreitest uns nichts. Deine Pflicht ist nicht getan. Unser Gehirn kehrt vor der Habe zum Schluss. Nein. Der Götter ist verschwunden. Der Götter ist verschwunden. Der Götter ist kaputt. Alright. Was ist das? Du schreitest uns. Du schreitest uns. Nach hundertmalen lernt man. Nach tausend versteht man. Ich bin dankbar. Schubdüse aktivieren. Schubdüse aktivieren. Was ist das für eine Melodie? Oh nice. Punktestand? 1 zu 0. Ja, oh Gott, das ist Brügelsang. Schubdüse aktiv! Oh, die Iris, natürlich. Wir hatten schon das Vergnügen. Das freut mich für dich. Verdingungen sind günstig für einen erfolgreichen Anstoß. Jetzt kommt das raus. Ich streu die Ersatz. Ich bin unverwundbar. Hallo. Ich grüße dich. Portalbarriere aktiviert. Deine Pflicht ist nicht getan. Hier ist ein Gegner. Ruhe auf den Willigenplätzen. Keine Gnade. Das war ein grausames Schicksal. Grüße. Neutralisiere Projektile. Kacke. Ich bin unverwundbar. Ich bin unverwundbar. Ich bin unverwundbar. Höre mein Gebet. Stürzt euch auf den Gegner. Oh Gott. Der Hunger des Drachen ist unstillbar. Leichtung verschlägt. Leichtung verschlägt. Leichtung verschlägt. Meine Lebensgeister sind geweckt. Ja, gut. Was ist jetzt Bracke da? So. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe mich nicht gesehen. Ich bin tot oder so. Na ja gut. Ich habe meinen Job als Tiva Killer Cook gemacht. Ja. Keine Ahnung. was das war Autsch 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 sauf Er Give me some help Slightly withdraw Ich bin viel mehr als hier. Ich will die reißende Kraft! Die Erländerung! Für die Trissena! Ja, keine Ahnung. Oh, nehmen wir das noch an? Schön, danach habe ich noch ein bisschen. Sieht aus, wir sind oben wieder nett! Ich mach doch ruhig auf! Oh, das wird gehört! Du siehst, diese Defensivkasse! An mir kostet nichts vorbei! Deine Pflicht! Nicht getan! Arna, bereit zum Gefängnis! Arna, bereit zum Gefängnis! Ja! Sech, drehe auf! Atende Dando! Die Brache, verschwink! Ach, da meine Güte! Ich muss gefeilt werden! Es kann natürlich immer ein Hit werden! Ja! Lala! So! Ja! Ja! Zeit zum Kämpfen! Hä? Wie werden wir das noch? Oh ja! Gegner neutralisiert! Punktestand 1 zu 1 Boah! Krasse Friese! Ich respektiere Männer mit Pferdeschwanz! Es ist einfach praktischer und äußerst würdevoll! Pferdeschwanz, äh... Ja! Ja! Hey, alles klar? Alle! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Runde Drei! Nehmen Sie den Zielpunkt ein! Boah! Boah! Loll! Die Diva ist mitgesprungen! Das war jetzt nicht zu der ursprüngliche Planung, aber gut! OK. Die Diva ist mitgesprungen! An Geiment! mandiert Die Diva ist mitgesprungen! Bis zum nächsten Mal! Sie haben eine Komparnung! Das war also mitgesprungen! Die Diva ist mitgesprungen, die Diva ist für jeden Fall, Oh Hä, warum konnte ich die jetzt nicht pingen, ey Da geht er Was ist eben so glücklich, was wir in der Pause Da geht es weiter Das ist einfach Das ist einfach Was glaube ich, was ich jetzt Das ist einfach Dann haben wir die мех Das ist einfach Wow. Vettel, Bro. Achso. Unser Wippo. Ihre Zeit ist abgelaufen. Naja, wir waren für ein Teamkirch geburt haben. Bringt uns das nicht mehr. Naja. Ja. Teamkirch hat mich nicht interessiert, ne. Aber wir haben das mit dem Verursachen oder Verschenken bald. 250 Assists oder Rettungen. Oh, okay. Das ist schon viel. Oh, jetzt dürfen wir Tanks spielen, ey. Komm, will ich Rematra spielen? Wenn nichts wird, will er sich zu Sieg mehr raus oder zu Wissern haben. Ich will den Olymp um jeden Preis. Ich trage meine Mast so gut ich kann. Ich kämpfe nicht für mich. Das habe ich noch nie. Was für ein Interessant? Dieser Sieg wird Opfer erfordert. Hat er diesen Spiel? Was können wir? Inakzeptabel. Poolparty klingt nach einer Falle. Seine Aro Gans wird nicht teuer zu stehen kommen. Zwei, eins. Handwerk beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Ich werde euch den Siegel heißen. Oh wow. Ich werde jetzt ein bisschen konzentriert. Wir werden euch schützen. Wo habe ich meine Behörden aufgestellt? Ich finde sie. Hört zu. Bei mir seid ihr sicher. Nein. Er kennt ihn. Nehmt ihnen alles. Ich biete euch Schutz. Oh. 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 Oh, hab ich bei meiner O.T. Ich werde immer entschlossener. Wer nimmt mit mir den Zielpunkt ein? Es sieht aus, als würden wir den Zielpunkt gleich annehmen, dann haben wir wieder mehr Zeit, ey. Okay, ich werde nach meiner Ulti dann zu Reinhardt wechseln. Zielpunkt A eingenommen. Eskortieren Sie die Fracht zu Ihrem Ziel. Bei mir seid Ihr sicher. Du schießt das, nehmen Sie es. Der Tag ist verblendet euch. Schon besser. Ich bewege die Fracht und schließt euch wieder. Dieses Ergebnis war unerfindbar. Macht Sie dem Erdboden gleich. Oh man. Ihr sollt leiden, wie ich. Wow. So hat man eine schönste Note verschwunden. Ich werde euch den Sieg entreißen. Ich werde euch den Sieg entreißen. Ich werde euch den Sieg entreißen. Oh wow. Bei mir seid ihr sicher. Du wurdest gewarnt. Er kennt ihr jetzt teure Fehler. Ich bin bei der Fracht, Bewegung! Ich sitze vielleicht auf dem Atem, mit dem wir nichts versuchen schauen zu machen. Naja, egal wir haben gewonnen. Guck mal, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Ja, ich denke wir werden nochmal Overwatch machen, dann und dann, ja, Spur Balance fordern. Mh. Ankunft in Ilios. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Wo sind wir denn? Äh, Spur Attack, ja. Neuer Tag. Neues Schlachtfeld. Ich sag, wo's lang geht. Vergesst das nicht. Na, wie läuft's? Schick, schick. Nicht mein Problem. Ich wünschte, ich könnte das mal sagen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Runde eins. Nehmen Sie den Ziel. Du bist echt ein Komiker. Was? Hallo. Hallo. Oh, okay. Regenerativer Schub hast du stärken wir selbst. Oh. Da war nur Fürstel. Hab ich den jetzt gekillt? Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Tut mir leid. Ah, ich muss erst mal wieder reinkommen, mein Baptiste. Tja, und äh. Ach, ach, du bist echt krass. Ah. Wie ist denn? Wie ist das, was? Was? Lass mich nicht so, weil ich mich nicht so gerne glaube, Die Runde ist nicht so, dass ich mich nicht so gerne einen Fluss mitgekehrt vermitteln kann. Das ist nicht gut, ich muss echt schauen, dass ich mir heule Oje, nur einen gerettet Die Barriere ist fast am Ende Der Kampf steht Die Barriere ist gefallen Oh, das war halt ein Panic-Move Okay Mist Ah, gut, gut, gut verteilt Hallo, warum treffe ich sie nicht? Das wäre nichts gewesen Messer gegen Gewehr, schlechte Wahl Koste vermeiden, weil ich kein Engel Ich los schlage Ab und ein Fett Sind alle wieder auf dem Dauch auswenden Hier ist niemals gewachsen Vitamin-Bombe Ah, Dreck Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist Ach, wir hatten nur das ja Ja, das könnte noch spannend werden Oh Ah, ne, dem das jetzt angenommen Schade Das wird jetzt mega knapp Ah, hat nichts mehr gemacht, ey Das wird schon schade Punktestand Null Zu eins Ich suche mir meine Eine eigene Fahrt Drei Zwei Eins Runde Zwei Nehmen Sie den Ziel Ziele Ziele Das gerät aus den Fugen Das dürfen wir nicht zulassen Zahna Zum Drei Hier Zwei Zwei Du wirst immer schwimmen und wohnen Oh ja die haben auch ne 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 kiriko Rufe die Barriere Ballrat zu biebten man weiß nur E imperiums Glaube Kein Spire Meine Barriere wird nicht mehr lassen verlieren Oh, du gucke So leicht, gebe ich nicht auf Ja, warum bin ich zu Kirigou gewechselt? Die Fährer natürlich Klerik Wow Nicht ganz ausgehört Fühlt uns immer noch zu schauen, oder? Sönig Ach komm Eine Stunde können wir auch noch machen Wir kommen beim Second Royale Ah, es macht langsam wieder Laune auf Roach 2 Aber werden wir verlieren So Ja, dann aber Matra zu boosten zu Nanon ist denke ich auch mal interessant Das ist interessant Scan läuft Ja, hier sind wir richtig Issa Jokun Hol an Ich kämpfe nicht für mich Das habe ich noch nie Hi Ich habe Dinge getan auf die ich nicht stolz bin Zeit ist wieder gut zu machen Nenn mich noch einmal Zyklop Und du wirst sehen was du davon hast Wie läuft's? Wie läuft's? 4 3 2 1 Angriff beginnt Bei mir Ach das ist schon Äh Ach das ist schon Äh Ach das ist schon Ja Sie haben eine Nerven Bei mir Sei heils sicher Die Pracht muss verteidigt werden Jetzt hab ich mein Fett Oh mein Meine kleine Spritze Ihr habt das Erhaltung ausgefasst Das war dumm Wir zerschlinken sie Dude, was machst du da? Ja, okay, der hat zu... der hat Internetprobleme gehabt, schade Masterton Tool Ich werde umsetzen, mein Ultimank vorbereitet, drückt vor Eine Runde ein Macht sie dem Erdwunnen gleich Müssen sie erst Abwehrt, im Tiefen im Kamio, wartet die Leistung verschaffen Die reißende Kraft Mit mir, seid ihr sicher? Was ist das? Wenn ich den Dienst quittiere, dann auf meine Hand Was ist das? Hat jemand gewusst? Hältst mir Hältst Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja Was ist das? Kommt, wir bestraften sie Ich hab schon Übleres weggesteckt. Ich hab sogar mehr gehalten als die Mörber. Sie sind in der Überzahl. Ach Gott, genau. Kommt hierher zur Rundversorgung. Wie braun. Ich grüße. Noch 16 Sekunden. Ach, das ist das denn. Was ist das denn? Vorsicht, Leute. Ich hab noch ein Ass im Ärmel. Nehmt Ihnen alles. Lasst uns die Fracht gemeinsam verteidigen. Reißt Sie in Stücke. Oh, die Fracht. Wir bestrafen Sie. Ich räume hier auf. Geil. Ich will dich. Ich kämpf weiter. Die Fracht ist im Bewege. Oder außer. Noch 10 Sekunden. Geh ab. Ich bin hier. Sammelt euch bei mir. Spielt die reißende Kraft. Verlängerung. Na. Leistung verstärkt! Der Lidiater erhebt sich! Oh ja. Oh, was du machen. Verdammt Schade Maybe Highlight des Spiels Wollen Sie meinen Willen? Ah, dass ich da, wenn es ein Nerden riesen Problem gemacht hat Der Geiger Die Du Willkommen in Esperanza. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Die Menschheit liegt in Ketten. Ich werde sie sprengen. Die Menschheit liegt in Ketten. Ich veranspruche das göttliche Feuer. Drei. Zwei. Eins. Ziel in 30 Sekunden perfekt. Ja. 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 Gehen, sammeln! Verstanden, Polspawners. Der Feind verwegt seine Varitade! Immer wachsam bleiben. Ich habe den Feind noch geholfen. Du bist geheilt. Vorsicht, wir sind in der Unterzahl. Schicksal in meiner Hand. Wir müssen sie aufhalten! Ach, Gott. Warum müssen sie vor meiner Nase alle stemmen? Bevor ich sie richtig reinkomme. Auf ein neues. Formiert euch beiden. Koalizzenz ist einsatzfähig. Der Gegner ist das. Ich wollte ihn außen meinem Willen. Ich glaube nicht. Mir nach! Ja, Mann. Achte auf deine Umgebung. Jeder Widerstand lässt sich brechen. Der Gegner stürzt sich wieder ins Getübel! Der Gegner stürzt sich wieder ins Getübel! Finde! Doppelchen! Ich werde angegriffen! Du wirst immer schwächt! Du wirst immer schwächt! Du wirst immer schwächt! Boah, ich glaube langsam. Wirklich, das ist zu lösen, ja. Gegner, hier! Der Roboter... Wir sind in der Unterzahl. Vorsicht! Deine Pflicht ist nichts getan! Ich habe noch mehr zu warten. Pfeifen! Mein Ende ist zum Greifen nach. Wir formen dich nach... ô Volunteer! Was ist denn von meinem Mühe? Feuer frei! Die Realität gehorcht meinen Willen. Ich bin in Hexford! Akzeptable Fortschritte! Hier drüben! Ich repariere dein Zellgewebe. Riu-Riu! Hooray! Riechford! Wohooo! Ja, das ist... Da ist eine Einzelmänner. Keine Uwe. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch. Oh ja,oder... Das sieht gut aus Oh shit Ich muss meine Kräfte sammeln Ah das hat mich noch getroffen Schön Ist der Prostock? Was hat der denn gemacht? Den hatten wir jetzt zweiten Scharnzelt Achso Postion und Symmetra genau Müssen wir jetzt nicht so langsam mal was haben? Ach schon wieder so vorder was ist das? Ich suche mir meinen eigenen Pfad Pass da draußen aufeinander auf Brüße Kannst du vorhersehen was dich erwartet? Scan läuft Ja hier sind wir richtig Brüße 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 Zwei Oh da ist ne Diva Ja Ja Manifestation Anfänger 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 Nervig Anfänger 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 Oh man Ich lasse hier niemanden durch Ja, komm, bin ich gerade der Einzige, der Kettifrock bewegt Ich habe schon tausende Schalen gemacht Ich ziehe den Stab Jetzt wird's frostig Ich ziehe das Gericht Sein Urteil ist getrübt Ich ziehe sie Meine Damen und Herren, starten Sie Ihre Motor Oh, ich ziehe den Ich zöne mich nicht Ich verbessere deine Vitalwerte Danke Okay Okay Hier ist some good fortune Kommt der Zeit für die schwebende Schöpfe Unsere Ladies wegen Kreuzinbengen Verschwendet Ah Vielen Dank Okay, wow. Highlight des Spiels. Besser Verteidigung und vielseitig begrabt. Okay. Das war irgendeine Aufgabe, das ist direkt eine Stufe. Was war das jetzt? Zwei Siegel brauchen wir noch, okay. Okay, das mit 100.000 Schauen haben wir mal mitgemacht. Und das, Heilung, pfff, wow, 300 oder so. Ja, schön. Das mit den Ziegen haben wir auch bald. Zwei Siegel fehlen uns noch. Da, was? Gewinne jeweils drei Spiele mit jeder der drei Rollen in der Schnellsuche. Okay, da haben wir das mit Support gemacht. Interessant. Das haben wir jetzt schon wirklich einfacher gemacht jetzt. Willkommen in Oasis. Ja, vielleicht werde ich doch noch ein bisschen Overwatch machen. Aber dann, äh, sind wir wieder support. Wenn ich in die Knie gehe, stehe ich stärker wieder auf. Und jetzt geht's wieder los. Schilder aktiv. Ja, ich glaube, erst dann haben wir ja auch schon einen Sieg gemacht. Zwei fehlen uns dann noch und dann noch 3er-Schanz-Sieger. Tschüss. Seger. Runde eins. Nehmen Sie den Siegheit ein. Ja, mal schauen. Oh Gott. Sie haben uns auf mich abgesehen. Was ist das? ich habe das war jetzt ein bisschen dumm hätte er gehofft ich würde schnell den senator rausholen aber den habe ich jetzt nicht wirklich getroffen überraschung die angreifung meine barriere ist ziemlich ramponiert hast du mich ernst genommen und dreck ich versuche mein ultimate das was jetzt Die Sonderlieferung zu mir! Komm, ich helfe dir! Immer einen Fluchtweg planen. Siehst du doch da irgendwo gerade? Die Sonderlieferung zu mir ist ein! Ich spür's die heilende Ruhe! Erste Runde gewonnen! Okay! Und wird er noch gerecht? Punktestand? 1 zu 0! Ich decke euch! Retrofisch! Vergesst nicht wofür wir kämpfen! 5, 4, 3, 2, 1, Runde 2! Nehmen Sie den Zielpunkt ein! Das fängt schon mal gut an! Das ist Schmutz! Oh, ja! Ja, ihr wisst ja! Ja, ihr wisst ja! Ja, ihr wisst ja! Ach, was 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 ist denn? Der Diabetes! Die Papier, der Diabetes! Das ist Schmutz, ey! Mach nicht weh! dann den senator senator hatten wir schon die ganze zeit jetzt haben den lucio und sarah ich glaube ich sollte auch zu lucio wechseln naja ich habe ein bisschen ungünstig könnte niemanden töten ok war gerade nicht zu scharfen sowas hält mich nicht auf die 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 Halt mich. Mein Geist ist entflammt. Missed. Ich stehe unter Feuer. Meine Barriere ist ziemlich ramponiert. Unterbrechen. Durchschnitt. Stuhl. Vergeleiß. Das ist so. Das sieht besser aus. Zu mir. Ich kann auch austeilen. Ich bin aus. Ups. Lasst euch hier zusammen einen Blick machen. Das merke ich mir fürs nächste Mal. Nice. Highlight des Spiels. Ich bin aus. 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 Das ist so. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. hoffnungslos zurücklassen wo auch okay man bleibt ein Leben lang das ist ein Ziel was ich gut treffen kann oh nash Xeno im Gegner-Team okay Nenn dich noch einmal zu klopfen und du wirst sehen was du davon hast du musst zeigen ach der drück irgendwann schaffe ich es schon nach Fiji du dich aus alter Knopf wow das wird schon ich pass schon auf mh 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 d sup mh 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 Oh, come here. Ach, Dreck, ey. Ich bin da. Mach weiter. Möge das Schieben beginnen. Ach, komm. Ja, der stand da einfach nur, um seine Ulze aufzubauen, ey. Ich gebe nicht nach. Wie viele Betreuungspferde habe ich denn geworfen? 57 Prozent. 6, 7, 7. Das ist problematisch gerade, ey. Ich bin gleich bei dir. Unterwegs. Die Gegner rücken vor. Kommt hierher. Kommen wir uns um sie. Ja. Ich bin auf dem Kühlschrank der Unterzahl. Im Kühlen. Hör mal, das hab ich rum. Ja, wir verlieren da wertvolle Meter, ey. Das ist schon nach Fidschi. Alarm! Lasst nicht eure Wunsch rein! Helft mir! Boah, das ist so so! Boah, ich treff nicht mehr! Boah, ich glaube, wir werden den Booster als nächstes machen! Oh, wow. Äh, was ist die für... Wow, das hat sich ja super gelohnt gerade Na ja, das verlieren wir wieder, Underdog What the fuck Ja, eine Runde geht sich noch aus So Ein Spiel für mir noch, ein Sieg, meine ich, für die nächste Bedeutung. Tja, ein Tag, ich glaube, am Morgen, oder? Moment, ist das nächste, was wir frau schalten? Oh, krass. Was war das jetzt? Und wir dürfen noch einen Tag spielen, ja okay. So, ja. Der Messer hängt sich nicht dran, okay. Der Messer hängt sich nicht dran, okay. Der Messer hängt sich nicht dran, okay. Oh, schau. Hey. Wir sehen uns an der Ziellinie. Oh, Mann. Oh, komm, ich würde das schon gerne gewinnen. Dann bräuchte ich nur noch ein einziges, Tank. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Warum haben wir einen Widower? Neutralisiere Projektile. Initiiere Defensivmatrix. Ne, geht schon nicht. rana brauchen wir fast meine note ja, ulti ist sowas von richtig gewesen, schlechter geht es nicht was Was ist das? So, na so mit Tiva war das jetzt nicht wirklich erfolgreich Na ja, der umzündet mich jetzt Was? Oh, gibt's doch, Alter Ich bin jeder Herausforderung gewachsen Die Fracht hat den Chatbot erreicht Ai, 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 ai Die Fracht hat den Chatbot Gott Highlight des Spiels Ich hab keiner Zeit mehr, schade Hä, ich dachte, wir sind Ne, dann sind wir noch Auch dann zu Hause, okay Ein Bild für die Götter Aber ich wär, wenn's noch der bessere Player gewesen Na ja Ja, mit dem wir da können Haben wir jetzt noch einen Scan Get in Ne Das ist dann Okay, das ist noch eine Episch Okay, episch ist das Gebrochen again, genau Äh, ja Sieht interessant aus Ja, ich geh jetzt noch ein bisschen Ich muss zur Arbeit dann Bis zum nächsten Mal oder so Okay, weiter Ich bin jetzt noch eine